hey ho und herzlich willkommen zu einer runde bad wars heute ein ganz kleines bisschen anders denn heute trollen wir mal diese ganzen leute hier zusammen ist heute mehr im schinken dann fang ich gerade mal an mit einer tnt kanon weil ich das einfach so ich baue uns erstmal einen schönen wege in die mitte weil es nicht macht man nicht so das ist viel besser okay machen wir mal okay wie ging das doch mal ich glaube so nach ich war einfach schnell so wie ich denke das funktioniert wird muss natürlich noch ein bisschen eingebaut werden ich habe kein links wasser ich habe vergessen wasser zu nehmen sollte funktionieren ja es funktioniert das ist eine komische brücke wie auf holen er zündet sein hey da ist jemand bei uns ey ne ich vergesse immer in gamut durchzugehen ich bin so dumm ich will die ganze tnt boost machen und vergesst gamut zu wechseln so jetzt wunderschön jetzt aber man könnte ja wieso nicht oder oh da ist er böse okay er springt freiwillig rein er springt freiwillig rein ich bin da schon mal im kopf habe ich habe keine ahnung wo da gelandet das schon mal im kopf war ich kenne die ganze ins telefon ja ich finde das stein da fehlt noch etwas ganz bestimmtes aber das macht wir später sein ender dragon suchen wir mal das ende ach gibt es nicht achten scheiden oder ich hab's bett ich hab's bett von den gegnern abgebauen ja jetzt kann es niemand mehr abbauen das sollte ich vielleicht noch ändern aber egal ich finde dass der hier ganz klar sich eine diamant rüstung verdient hat ja genau das gleiche dachte ich auch ähm so und 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 diamantschwert und Helm hab ich ihm glaub ich nicht gegeben wasser noch ein paar p-äpfel kann man nicht genügend haben ja ja so so also dem geht es jetzt gut lächerlich lächerlich ähm welcher der rote sagt das ok also ok ok wo hieß er ja schon mal her telefonieren slash tp ich warte mal kurz kann net zählen wir mal jo hier kommt niemand hin was macht denn der Junge oh mein Gott wie hoch wie hoch was tut der da ich hatte da oben den T-Bus und alter wie hoch der war See the power of the Snowball was wird das nämlich hey hier fliegt da jemand das geht aber gar nicht nee nee da kommt hey wo bist du ach guck mal wir wurden wir wurden ja wegen ja nee hier ich kann nicht die können einfach safe Autoclicker an also ich finde der sollte deswegen gewandt werden nee machen wir mal nicht obwohl wohl genau so noch mal ein paar erfahrungsflaschchen ich weiß nicht wie ich auch den klick auf falsch geschrieben habe aber das will es mal gut sein ähm was macht was macht ach stimmt das ist der Tag vielleicht nicht das hätten wir mal das so schön verzaubern ach so ich brauch du bleibst dazu machen wir noch ein bisschen blazes ähm dann müssen auch die Augen mit werden sie vollkommen sterben okay machen wir noch das heißt cheatern okay dann cheater doch mal mit warte was wieviel hat er Verbrennung Schärfe 5 nice 40 Klicks pro Sekunde alles klar das mache ich auch immer so Schärfe 5 Verbrennung 2 machen wir noch ein paar Villager damit man auch unterwegs was kaufen kann ich finde das immer so schön wenn in der Mitte noch ein Villager steht das ist doch optimal ich meine dann wenn man Gold hat kann man sich gerade noch was kaufen ach ich weiß was wir können wir können Bäume setzen so als er ja stimmt alles doch ein bisschen schöner ja ich finde wir sollten das richtig ausnützen nein ja 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 guck mal das ist doch ein schöner Baum den habe ich jetzt schnell gebaut ja geht es vielleicht nicht okay denn das was oder ne ne ach Apropos irgendwie man könnte ja mal ein paar Trollen in dem man einfach ein das auf sie landen lässt ich meine ähm naaann ja vielleicht braucht jemand irgendwelche unsichtbarkeitstränke äh 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 da ist noch einer der könnte vielleicht noch einen gebrauchen die wollen noch mehrere Stunden äh äh ja ich habe ihn erschlagen äh äh ähm ich glaube ich mach mal einen MEGA Bau okay ey warum töten die die Pferde ähm Jungle Jungle aber ich wäre jetzt halt dann schon mal bald für eine Endertracht das wäre doch richtig äh Michi müsste dabei sein Michi Michi würde das gefallen äh die Insel wird nicht mehr lang leben von denen bitt mir Abbonzo TNT kann aber leider nicht ähm ja TNT nicht aber Creeper ach oh ja ach weißt du was guck mal meinen schönen Baum das ist so richtig ähm ja so halt nein weißt du was jetzt kommt Ultimativ Ultimatum Aachen wir stellen alle hier unter Beschuss Pfff 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 Schöne Bäume hast du da gemacht so so ähm und ich glaube ich ich hab von denen den Bruder Frau Pölkisch das sich überlegt noch mal aber dieses Mal ziehst du die Rüstung an los zieh sie an ja ganz pff Pff Pfff 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 so herrn den den so Survival! Jetzt wird ich am Buss auf dich warten! Ich glaube, ich muss kurz für ein bisschen mehr Speicherplatz sorgen. Ups, sorry, keiner hat sich. Ups, ups, tut mir leid. War nicht so gewollt. Ja, aber die überleben einfach alles durch die OP-App für. So, C-Gigabyte mehr Speicher! Ja. Mal schauen, wer die Enderkellen findet. Hey, das macht ja richtig gut! Er sieht mich nicht. Äh, was war's das? Er spawned viel besser! Viel besser! Muss auch vorgehen! Ich erniedr mich mal! So, jetzt bin ich wieder im Sibley-At und ich bin bloß. Spawnen die immer noch? Hey, ich glaube, die spawnen die ganze Zeit nur in Lava. Och, ihr müsst ein Hühnchen rein, das geht doch so nicht! Nö, los! Ja, so ist es brav! Ja, das gefällt mir! Nein! Aber nein! Böser, böser Junge! Böser Junge! Also, gibt's eigentlich TP-O, oder? TP-O also, der ich auch wissen. Äh, find's nicht, ne, hab ich nicht. Aber schön wär's. Das ist keine Standards. Das wär Essenthalts, und das hab ich nicht installiert. Achso, okay. Aber könnte ich machen. Haben wir schon alles ausprobiert, was man könnte? Ja, mir fällt schon, mir fällt die ganze Zeit nix mehr ein. Ja, mir auch. Ich überleg schon die ganze Zeit. Hm, ich glaub. Ich glaub. Ich glaub, wir könnten ja an dieser Stelle mal die anderen gewinnen lassen. Ähm, oder zumindest einfach normal weiterspielen. Normal! Weiterspielen, das! Ja, okay. Wie auch immer, teleportieren wir sie mal zu unserem Bett. Na, mach den Bett ab! Ah, ganz brav! Nein! Oh! 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 Oh, der Bär ist weg! Oh nein! Oh! 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 ist das schon machen wir noch ein paar hinter drachen und nach hau schauen wir mal dass wir sterben oder alles klar gleich gegen dort jetzt sind sie gestern durch den tüten wird aber nicht dort wird er nicht da hat er möchte hätte er nicht doch wir waren doch bitte das sind wirklich die täglichen der kämpflich 8 die Geschichte sie sei ganz nett Prozent Prozent dafür nie nie nie, du sollst mich töten, du sollst mich töten, hab ich gesagt dafür geben wir ihr einmal alle mögliche Ertränke, was es gibt ich kann die Sachen aufsammeln, ich kann die Sachen aufsammeln such dir was aus was auch immer du willst und jetzt töte mich sie hat meinen Kompass, sie hat einfach meinen Kompass töte mich töte mich kann ich dich töten töte mich töte mich ja komm ach man versteht mich nicht was gibt's für einen schönen Block ich mach jetzt was ganz dolles kann ich eigentlich im Game-Mod ich kann sogar im Game-Mod 1 obwohl ich Spektator bin sehr schön ja schade ich hab nix mehr bauen das macht mir Spaß los Töte mich Töte mich ich wollte nicht ich wollte nicht dass der Drache mich spielt neu ich kann jetzt gapeln solange ich will ja achso du fährst runter oder was ja ähm bin bin da bist du ähm ja 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 ok ja ich weiß ja nicht ja das alles klar also ganz normale Runde ja das war eine ganz normale Runde wir haben leider verloren aus unserer Sicht würde ich sagen die hacken alle die hackten man sieht hier bei Cheat die ein bisschen überfüllt also ich glaube die haben alle gehackt deswegen würde ich mal sagen ja die Runde war ganz okay weil ich meine wir haben uns lange gegen die Säcke geschlagen fast 24 Minuten ich will sagt viel Dank fürs Zuschauen um ich verlinke noch nicht ein Schinken wichtig gesagt doch bei ihm vorbei Prämie Plus aufgrund das liegt natürlich genau selbst in der Beschreibung okay viel Dank fürs Zuschauen Tschüss